Hu hu Leutchen Ja, ich melde mich heute nochmal mit ner Folge von Holy Magic Century Oder mit nem Video von Holy Magic... Holy Magic Century Und da ist ein einziger Ork Ja, den kann ich ja wohl nicht einfach so sitzen lassen Um den muss ich mich doch kümmern Und der hat mich getroffen Ey, was solltest du Asch, du hast mich getroffen Yeah, und jetzt bist du tot, du kleiner Ork Haha Ey lol Leute, da unten ist ein Haus Wieso ist da... Was, war ich da schon? Ne Hier war ich noch nicht, oder? Warte mal, wo ist denn das? Äh Ach so, da Ja doch, hier war ich schon, ja klar war ich hier schon Da war... Da konnte ich speichern, vor der Höhle Da wo ich hingekommen bin, als mich so ein Drache getötet hat Ja geil Und da ist noch ein Haus Äh, was ist das für ein Zeichen da? Und ne ganz lange Brücke und... Ah, meine kleinen Freunde Geisterhund Boah bumm, Alter Denkst du ich hab jetzt Angst vor dir, oder was? Ey, ich komm dir hin mit meinem Powerstab Äh, läuft Ne, ernsthaft, Alter Ich mach euch fertig Stirb! Yeah, ich hab trotzdem keine Angst vor euch Und jetzt bist du tot Ja, los komm, ja hier Und du stirbst jetzt auch gleich Nein, scheiße Ähm Ja, trotzdem Put Scheiße, ich hab keinen Angriff Plus mehr Ist egal, der ist trotzdem tot Boah Boah, ey, geht's noch? Äh, scheiße Äh Was das für ein Häuschen ist Hallo Oh, du hast aber Muckis Oh, du auch Ey, ihr seid jetzt Zwillinge, oder was? Jeff Jeff Hardy Du willst weiterreisen, Bub? Tja, das geht leider nicht Die Brücke ist eingestürzt Und es dauert noch, bis sie repariert ist Der einzige Weg für dich nach Normun zu kommen Ist an der Höhle Todlauch vorbei Von hier ab beginnt der Windsbrautwald Man raunt, ein verdächtiger Magier sei aufgetaucht Er hat die Macht, dem Wind zu befehlen Er war es wohl, der die Brücke wegblies Das find ich jetzt scheiße Hier ist Schluss Äh, hier ist Ende im Elende Ja gut, ich hab noch ne Idee Warte mal, kann ich da wirklich nicht? Ne Äh, hallo, warte mal Erstmal gucken, ob hier irgendwo Geister sind Geister Ne, nix da Ja gut Aber ey, guck mal Die Brücke, die ist doch heiler Da ist doch alles cool Hier kann man doch laufen Aber hier hinten ist zu, das verstehe ich nicht Das ist doch voll hohe, oder? Ja, hallo? Na ne, äh, ich weiß, was ich mache Ich geh nach Dondoran Warte mal, die bringen mich nach Melrod Dondoran Da will ich hin Tchung Yeah Und von Dondoran geh ich durch den Wald Und dann geh ich noch in diesen anderen Wald In den Wald von Keine Ahnung Aber ich hol mir erst nochmal schnell neue gelbe Flügel Äh, denn naja, die sind ja cool, ne? Ist mir grad mal so aufgefallen, als ich die eingesetzt hab Die sind echt nützlich Genauso wie der Exit-Zauber, der ist auch voll nützlich Na gut, äh, bin ich hier richtig? Ne, bin ich gar nicht, oder? Ne, hä? Hä? Warte mal Was? Ich bin jetzt falsch, irgendwie Ja, aber wo war jetzt der Laden? Lol War der hier? Leute, wo war denn der Laden? Hier in Dondoran? Ne, hier unten nicht, ne? Ne, hier unten war nix Ähm Ähm Ja Äh Lulz? Ne, hier irgendwo war das auf jeden Fall, das weiß ich Aber vielleicht hier oben Ähm Ja, genau, hier, das war er Oder? War er das? Ja klar, war er das Ne, das ist der Gasthof Ja, hi, alter Nein, ich möchte, nein, nein, ich möchte nicht, nein Äh, ja, verlassen Ne, wie, das verstehe ich nicht, wieso habe ich jetzt keine Flügel bekommen? Ähm Warte mal, und hier ist das Schloss Ja, aber Ähm Das verstehe ich nicht, Leute, ich verstehe das nicht Ah, wenn ich nicht, was, wenn ich, was Aber ich geh mal nochmal hier rein, ich geh mal nochmal hier rein Das kann doch nicht sein, dass ich hier keine Flügel bekomme Oh Konnte ich halt nochmal dir an Äh Ja Ja, rede mit mir Es wird ein frisches Brot, ja, toll Ich brauche kein frisches Brot, ich brauche Gelbe Flügel Wo habe ich die nochmal bekommen? Bin ich jetzt irgendwie ganz doll verrückt? Ach, hier unten Ja, genau, hier Hier habe ich die bekommen, genau Hallo Ja, Gepächer Yeah, dankeschön, dankeschön Puh, oh mein Gott Lol So, dann kann ich jetzt wieder rausgehen aus dieser Stadt hier aus Dondoran Dann gehe ich jetzt in den Wald von Conner, war das doch, mit dem Räuber Ja, das war der Wald von Conner, oder so Und dann gehe ich in den anderen Wald Auf diese anderen Karte, wo ich mit dem Schiff gefahren bin Äh, denn ich frage mich, was in dem Wald ist Vielleicht kann ich da gut trainieren Das wäre echt geil Und wisst ihr was, nachdem mich jetzt dieser komische Windmager umgebracht hat Äh, habe ich mir gedacht, ach Mensch, ey Wind ist doch extrem stark Ich glaube, ich werde Ich gucke mal, was jetzt passiert, wenn ich Wasser noch auf Level Äh, 25 bringe Ja, bis Level 25 bringe ich jetzt Wasser noch, glaube ich Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube es, ja Und ähm, ja, wenn Wasser dann auf Level 25 ist Dann trainiere ich erstmal Wind ein bisschen Denn, naja, Wind mit der 4 ist doch ein bisschen niedrig Und warum kommen hier so viele Monster Sag mal, spinnst du, du Hase? Stirb! Tod Ja, und ich soll böse sein hier, ne? Ja, ja Ne, okay Ne, okay, weiter geht's Na, 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 na Na, 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 na Alter, ey, Leute Die mögen mich Ja, ich mache jetzt einfach mal hier Eiswand Peng Der eine war sogar vereist Ey, wie geil Ich bekomme hier nicht 4%, oder? Aber mal 52% habe ich jetzt Ja, und dann warte ich mal, bis ich die nächsten Gegner besiegt habe Na, erstmal durchgehen Erstmal durchgehen, erstmal durchgehen Rein in den Wald Na, 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 na Na, 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 na Oh, sag mal, ist der Wald irgendwie dunkler geworden? Oder kommt mir das nur irgendwie so vor? Oder? Das ist ja eigentlich auch egal, was hier los ist Ich weiß nur, dass da dieses Tor ist, wo ich jetzt gleich durchgehe Ja, ja Ey, was ist los? Kommen hier keine Monster mehr? Lol Ist komisch Aber naja, gut, sollen mich nicht stören, wenn hier keine Monster kommen Ich gehe jetzt hier hin Ja, Leute, genau Hier gehe ich jetzt hin Und ich bin jetzt so An dieser einen Stelle, wo ich damals ganz viel Mist gebaut habe So, ich gehe jetzt in den Wald von Glen Glenn' 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 Ihr wisst schon Oder ich guck mal Ob ich da irgendwie reinkomme Denn Ja ich will gucken Ob ich da trainieren kann Oder ob ich allgemein hier trainieren kann Bei Bei diesem Wart mal Wie ist der Toilpuppe oder so ne Irgendwie Irgendwie so komisch Aber ich mach erstmal Powerstab Aber das waren Irgendwie Totgrabscher genau Und die andere war ne Toilpuppe Oder so Todgrabscher ist tot Ey geil Die Totgrabscher krieg ich mit einem Powerstabschlag tot Das ist gut Ja ne Toilpuppe Sag ich doch Haha, triffst mich nicht, haha. Oh mein Gott, die besicht ich auch schon. Warte mal, ich hatte 52% hatte ich. Jetzt hab ich... 55. Ah, nicht toll. Äh, sag mal, hacktet. Was wollt ihr alle von mir? Warte mal, kann ich nicht irgendwie... Ich weiß, was ich mach. Haha. Steinwurf. Ah, okay, cool. Ja, komm ran hier. Komm mal ran auf den Mäder. Ich geh hier hin und dann mach ich mal Eis. Ja, ich mach einfach Eiswand. So, bumm. Oh, beide vereist. Wie nützlich. Ja, doch, das ist dann wirklich ein bisschen nützlich. Mach ich nochmal, bumm. Ah, toll, und ich treff nicht richtig. Ist ja auch egal. Nochmal Eiswand. Okay, zwei sind tot. Und du stirbst auch. Sag ich doch. Ey, zu cool. Aber Leute, wisst ihr was? Mach ich Kummer nochmal. 59, wow. Na gut Leute, ich mach jetzt erstmal Schluss. Und im nächsten Video geht's zum Wald von Glenden. Glenden, ihr wisst schon was. Äh, also bis zum nächsten Mal. Tschüss.